Schön, dass ihr da seid und willkommen zurück zu meinem ersten Mal Half-Life. Let's go. Da liegt der tode Timmy. Nein. Oh ja, da kriege ich Schaden. Ich habe es gerade gesagt. Der toder Timmy liegt ja da. Nein. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das Spiel lauter machen soll, aber es ist einfach... Diese Sounds sind... So. Okay, ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt hier zu Fuß laufen muss, aber... Okay, anscheinend nicht. Auf Schienen. Was tut hier so? Aliens. Nee. Gib. Mist. Ja, doch. Was? Was ist passiert? Och nö. Wieder von hier vorne. Ach, Leute. Okay. 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 Was ist passiert? Okay. Okay. Es passieren Dinge. Diesmal durfte ich es einsammeln. Okay. Äh. Okay. Der Revolver ist schon echt nice. Muss ich mir hier merken, wo es lang geht? Oder? Oh mein Gott, ich kann da drauf schießen und dann geht es woanders lang. Ah. Okay. Ich verstehe. Es handelt sich hier um ein Labyrinth. Äh. Okay. Okay. Hm. Gut. Also. Aua. Gucken wir mal. Nee. Habe ich jetzt Mist gemacht? Muss ich jetzt zu Fuß hier durch? Ah. Es gibt ja auch einen Rückwärtsgang. Habe ich fast vergessen. Oh. Mach mal langsam hier. Da wollen wir mal gerade ausfahren, denke ich. Okay. Okay. Ja. Halt mal an kurz, bitte. Danke. Halt mal an kurz, bitte. Hm. Man muss sich hier jetzt nicht unnötig ärgern lassen von den Dingern. Und gibt es hier eine Leiter. Ja, falls ich runterfalle, wahrscheinlich. Okay. Tschüss. 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 Oh Gott. Ja, klar. Hahaha. Zum Glück weiß ich mittlerweile, dass man die Geschütze kaputt machen kann. Ah ja. Schau mal. Ja, fahr mal aus dem Weg. Die Steuerung, die ist manchmal auch wild. Da geht es tief nach unten. Okay. Okay. Machen wir mal ein bisschen langsamer hier. Ich denke, ich will jetzt da nach links fahren. Okay. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Können wir mal was zum... Mann, ey. Und dann dreht sich diese Plattform. Dann musst du immer nachziehen. Ach du Schande. Okay. Okay. Oh. Okay. So ist besser. Viel besser. Oh. Nein. Ja. Erstmal runterfallen und Schaden. Oh. Oh. Was zum Teufel. Ne, ne, ne. Lass mich runter. Lass mich runter. Bitte, bitte. Ich will nicht. Oh. Es macht mich total wahnsinnig, dass man hier durchgehend sprintet. in diesem Spiel. Du kannst keine genauen Steuerungsangaben machen. Also wenn man sie machen will, muss man immer... Munition. Yes. Nice. Ich vergesse den Grenadelauncher, den man hier hat. Da war wieder die Roboter-Roboter-Stimme. Okay. Okay. Da kann man nicht durchschießen. Ich denke, jetzt sollte ich... ...den Waggon holen. Oh. Oh. Gut. Schön, dass ihr euch selber gekillt habt. Nice. Okay. Oh. Das geht ja gut los hier wieder. Will ich hier gleich nach links fahren? Mist. Was ist hier los? Oh. 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 Oh, no, no, no. Oh, shit. Ouf! Gut, an Heilung sparen sie hier ja zum Glück wirklich nicht. Am liebsten würde ich ständig den Revolver spielen, weil der ist wirklich nice. Viele der Gegner One-Shot-Kill, was meiner Meinung nach eine gute Sache ist. Kann ich hier was looten? Die Steuerung. Die Steuerung. Die Steuerung. Die Steuerung. Die Steuerung. Die Steuerung. Eieieieieieiei. Was ist... Oh Gott. Ah, warum erschreckt mich dieses Spiel so? Ah, Mann, Mann, Mann. Ah, den kann ich nicht. Gut, das ist hier nur so ein bisschen... Da gibt's ein bisschen Stuff. Ah, ich mag's überhaupt nicht, erschreckt zu werden, ne? Oh, Granate. Ich sollte viel mehr Granaten einsetzen. Mann, 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 Mann. So, jetzt haben wir hier ein kleines Problemchen. Ja, bisschen. Bisschen Heilung. Sehr gut. Ich weiß aber nicht genau, wo ich lang muss. Hier hab ich was kaputt gemacht. Hier oben komm ich her. Da geh ich jetzt mal wieder zurück. War bestimmt wichtig, dass ich hier den Weg frei mach. Oh, da oben liegt doch noch was drauf, oder? Habe ich wohl voll die Munition dafür. Cool. Okay, scheint nicht die schlechteste Variante gewesen zu sein, hier erst aufzuräumen. Was ist hier? Ah, okay. Sehr gut. Hey, hey. Oh Gott, Granate. Huah. Sechs Leben noch. Ey, da hinten steht Timmy. Wo kommt der denn her? Wir leben vielleicht ein bisschen länger, wenn wir zusammenarbeiten. Ja, ist klar. Nein. Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Ne, das ist hier jetzt einfach... Hier muss es irgendwo dann weitergehen. Diesmal mit sechs Leben. Juhu. Neun Leben. Nein, 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 weg. Wo kommt er her? Mann, hast du den Schuss gesehen? Ne, nicht so richtig. Aber das macht mir hier alles... Das Spiel erschreckt mich mehr, als es sollte. Oh, nein, 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 nein. Nein, anhalten, anhalten Wie, der erste war kein Treffer Er ist unsichtbar, bis man da reinläuft oder so Keine Ahnung, auf jeden Fall spawnt er da instant Ah, lad doch nach Er ist satt Das ist unglaublich, es ist unglaublich Na bitte Mit 34 überlebt diesmal Ach man Wo kommt jetzt dieser andere her Der hier noch spawnt gleich Ah, die können sich tatsächlich dahin porten oder so Alles klar, ab durch die Mitte Aha Da kommt ihr raus Oh Okay, nice War gut, die Kisten noch nicht zu zerstören Ach, endlich geht's mir wieder ein bisschen besser Okay Gib Gib nix Oh oh Was soll das denn jetzt Oh Wow Ja, dann halt so Hallo? Aua! Blast danger. Hm. Muss wohl irgendwie dieses Tor aufkriegen, oder? Die hätte ich ja nicht abbiegen können. Nee, da ist kein... Muss ich einfach dagegen fahren? Nee. Okay. Hm. 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 Die machen einem ganz schön Schaden immer. Aber ich würde sagen... Hier geht's irgendwo weiter. Im Raketensilo. Hallo, mach mal auf hier. Oh, jetzt ist hier wieder so ein Kart. Ah, die Revolver-Munition. Wunderbar. Uh. Auch nice. Geilo. Jetzt haben wir wieder... Jetzt geht's mir auf jeden Fall besser. Hallo? Ach komm. Ich hab die Leertaste gedrückt, aber... Er wollte nicht. Nee. Och. Der Revolver killt die Geschütze auch instant. Das ist gut. Nein! Wägelchen! Komm zurück! Nicht wegfahren! Stopp! Ich muss mich doch hier umgucken. Man drückt die Leertaste, aber er springt nicht, weil er glaub in einer Fallen... Äh, in einer Fallen-Animation drin ist. Wow! Ich wusste ich... ...dass hier eine von euch fiesen Mist-Maden drinsitzt. Ja, genug Munition auf jeden Fall. You are dead, Bree-Man. Okay. Warum habt ihr denn so einen Hass auf mich? Oh, what a freaking... Ah, Hilfe! Lass das bitte sein! Ah, Gott, meine Herren, das ist doch alles hier... ...problematisch! Oh, die Freemant! Was haben die Leute gegen mich? Diese Mission ist für mich... Ganz schrecklich. Oh, Gott. Nee. Oh. Ey, ohne Witz. Eigentlich sollte man sich die Revolver-Munition, glaube ich, auch sparen. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh. Okay. Und jetzt kommt der Boy da hinten. Erstmal kommt die Nummer hier. Ey, ich hab dich doch zweimal getroffen. Mensch. Ist mir echt alles wurscht. Jetzt soll halt der Wagen wegfahren. Geh hier echt lieber zu Fuß entlang, als mit diesem hässlichen Ding. Wow. Man stirbt im Ladescreen. Geil. Oh, Mann. Ich will hier nicht nochmal durch. Lasst mich alle in Ruhe. Da brauche ich eh nix von euch. Ist egal. So, Ladescreen. Jetzt kann ich runter. Oh, Mann. Cool. Okay. Schon wieder Schaden durch fehlende Leertaste. Brauche ich denn diesen dämlichen Waggon überhaupt? Die machen mich fertig. Hier war nix drin. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie random ist. Keine Ahnung. Durch den Boy da oben mit seiner Shotgun bin ich gestorben. Aber weißt du was? Eine Shotgun hab ich auch. So. Da geht die Schranke auf. Gut. Hui. Ah, ich krieg ein neues Card. Okay. Von mir aus. Diese Schienenmission, ne? Total wild. Ja, fahr mal weiter alleine. Ich will hier nicht mit dir mitfahren. Oh Gott. Ich will mich doch verarschen jetzt. Oh no. Hört auf. Ihr seid... Das ist doch ne miese Mistnummer hier jetzt gerade. Okay. 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 Na gut. Zerschießen kann ich die Kiste wohl nicht. Huah. Oh man. Äh. Himmelberger. Himmelberger. Haben die mich fast mein ganzes Leben gekostet hier. Ah. Vielleicht hätte ich das hier nutzen können. Ja, wahrscheinlich. Das wäre eine Idee gewesen. Ich hab ja schon gelernt, für den Ladescreen muss ich auf diesem Card stehen, aber danach kann ich zu Fuß weiter. Ich will nicht hier fahren. Ich will nicht hier mitfahren. Kann ich... Kann ich hier wieder runter ohne zu sterben? Ja. Kann ich. Ich will hier lang. Ja. Keine Ahnung, für was ich diesen ganzen Kram irgendwann mal brauchen könnte, aber... Hier drehe ich mich wenigstens nicht im Kreis. Nee. Was ist das denn jetzt hier für ein Mist? Explosions... Dinger. Können die explodieren, bitte? Okay. 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 Hat ein Schuss gefehlt. Kann ich hier... Wenn ich hier drücke, geht er auch hoch, ne? Ja. Dann könnte ich ja eventuell... Mit sowas hier... Uh. Plan. Hallo. Ah, rechtsklick. Okay. Okay. gut er ist einfach explodiert was gibt es da drüben wohl mehr diese dumme dumme steuerung von diesem spiel also ich meine die steuerung die ist wie man sie von solchen spielen was soll man anderes machen basd und so aber die geschwindigkeit die er beim laufen hat und wenn du dann langsam über eine kante läuft und du läufst schon langsam und trotzdem blitzt er über die kanten drüber mit einer geschwindigkeit die einfach unmenschlich ach nee da kommt die nächste nummer eine die nächste miese brise fiese nummer das macht nicht wahnsinnig los ach gut stopp genau schaden kriegen perfekt stopp ach 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 Ja. Okay. Leben am Limit, ey. Ich habe keine Lust mehr auf diese Schienen. Ich habe keine Lust mehr auf diese Schienen. Und los! Und ich bin tot. Keine Ahnung, ey. Tilo, dankeschön für deinen Sub. Grüß dich. Schön, dass du da bist. Los und... Oh, ich habe es überlebt. Muss ich hier nach links oder will ich geradeaus? Ich glaube, ich will hier lieber geradeaus. Links ist bestimmt mein Tod. Muss ich ja nochmal durch den ganzen Quatsch. Ja, ich musste geradeaus. Oh, dieses Level macht mich total irre. Und jetzt wartet hier... Guck dir das mal an! Ich habe mich heute auch schon so hart erstreckt. vor diesem... In diesem Spiel. Okay, das Ding ist kaputt. Hier geht es wohl wirklich nicht. Hier muss ich wohl jetzt wirklich zu Fuß weiter. Nein! Die Steuerung ist vor allem der Tod in diesem Spiel, weil die Steuerung einfach nicht das tut, was man will manchmal. Also, die tut immer das, was man will, aber es ist viel zu schnell. Das ist doch eine Schweinerei. Und dann habe ich schon so einen tollen Granatwerfer. Und die Granate kommt nicht mal bis nach da hinten. Was soll ich denn machen? Kannst du aufhören, bitte? Ah, und tot. Leute, Leute! Ich dachte schon, ich fall jetzt darunter, weil der Wagen einfach mit Volldampf aus dem Lach-Screen in die Nummer reinfährt. Ich habe sechs Leben! Hilfe! Hilfe! Habe ich irgendwas, was mir jetzt hier hilft? Nee, nix. Gar nix hilft mir hier an dieser Stelle. Sehe ich ihn dort? Oh, nee. Ja. Von hier kann ich ihn, glaube ich, sehen. Oh, es ist unmöglich. Oh, okay. Es ist... Was soll ich denn machen? Nee. Wegsit Gaming erlaubt. Ähm, eigentlich würde ich schon gerne... Schon gerne eher... Alleine schaffen. Ähm, aber wenn du jetzt irgendeinen grundsätzlichen Mechanik-Hinweis hast, den ich einfach noch nicht auf dem Schirm hatte... Würde ich sagen, es ist absolut okay. Nicht so wie in Dark Souls. Bei Dark Souls möchte ich tatsächlich wirklich komplett spoilerfrei reingehen und ohne Backseat-Gaming das Ganze schaffen. Mann, diese dämliche Schiene ist dann auch noch unter Strom. Da kriegst du auch noch Schaden. Na, ho, ho, ho. Äh. Der andere auch noch abgehauen. Hup! Ah, ho, ho, ho! Naja gut, ich meine, ich habe ja schon links und rechts langsam so mehr oder weniger probiert. Er hat mich trotzdem instant getroffen. Weil ich halt auf einer Seite zu lang war wahrscheinlich. Ach, jetzt ist er abgehauen wieder. Komm zurück. Danke. Und hopp. Und hopp. Und nein, weil die Sprungkaste nicht funktioniert. Die manchmal geht und manchmal nicht. Oh, come on geht. Oh, come on geht. Ja, du Nasenbär. Nix mit MG-Geschütz hier. Warum seid ihr Roboter? Okay. Okay. Hä? Was? Da sitzt einer im Berg drin, den ich nicht sehen kann. Ja, perfekt. Oh, ne Granate. Ja, klar. Ja. Ah. Ja. Hier ist ein Freiman. 1 1 1 2 1 3 4 5 4 4 5 4 5 6 7 7 11 10 11 12 15 21 naja ich lerne sie kennen ich lerne die waffen kennen die es gibt so nach und nach kannst du bitte schweinerei echt riesen schweinerei ist das hier er hatte eine granate fallen gelassen schon wieder viel zu viel leben verloren hier ja alle addons und 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 das gab es jetzt für vier euro alles das komplette paket half-life 1 blueshift half-life 2 half-life 2 volume 1 volume 2 alles ich habe alles und ich werde alles nachholen komplett 4 euro ich weiß nicht vielleicht gibt es das noch sonst ja mal gucken können wir bitte nicht auf steam ja oder in steam ist das du er hat eine granate platziert haben wir das gesehen hat die dahin gekackt er hat die hat sie dahin gekackt so habt ihr jetzt langsam genug guck mal so hätte man es auch machen können kann ich höre ein ok springtaste wie sie manchmal geht und manchmal nicht nach kann ich hier schade das wäre ja nice gewesen jetzt das sind explosives steht da aber nichts explodiert hallo hallo naja mist okay ich darf hier noch mal direkt probieren alles klar das ist ja dann die macht mich absolut wahnsinnig dass du vom gehen ins ducken einen kurzen sprint hast weil du dann kurz ganz kurz die schifftaste nicht mehr drückt standardmäßig rennen ist also ich glaube fast ich sollte irgendwie diese kisten dafür benutzen aber ich sehe gerade nicht so ganz wie komme ich hier dran vorbei ja guck mal hier na bitte geht doch meine güte wie hier alles platzt die schweine ihr habt die ganze wissenschaftler getötet ihr schweine das sind meine kollegen ein party danke für den kreis hat man dankeschön geht hier irgendwas nee das ist einfach nur storytelling was hier passiert okay warum starte ich gerade noch mal eine rakete das da bin ich jetzt gerade da stehe ich jetzt auf dem schlauch warum starte ich eine rakete ich dachte ich soll zur sektion lambda und nicht jetzt starte ich eine rakete okay ich bin verwirrt satellite portal array satellite array status offline okay aus irgendeinem grund aber das da wurde ich doch nie zu beauftragt eine rakete zu starten ich meine da war das riesige alien aber das haben wir doch schon abgefackelt er sich euer ernst hier muss ich jetzt wo muss ich hin gehe ich jetzt wieder zurück habe ich einfach nur die rakete gestartet weil ich weil ich mit dem wagen da vorbei wollte machen ich bin hier rakete im weg weil das kart und mich vorbeigekommen ist das ist doch ein schlechter witz jetzt deswegen starte ich einfach mal random rakete da ist wieder der unsichtbare der auf mich schießt ne das kart ist doch da oben gar nicht vor das ne das kann nicht sein ich muss hier nicht so weit zurücklaufen ah auf die schienen gelaufen nee da kommt das kart ja nicht weiter der kart das kart wie auch immer nee das steht okay hier ist hier bin ich falsch würde ich sagen schnauze auch nicht auf mich schießen man und die steuerung lass mich hier durch zum teufel ich habe ich jetzt verkackt ich glaube an ihr guck mal ich kann das auch so schieben ok eh aber ab الط aber da okay gar nicht lange fackeln so raketenstart einleiten bastç» lasst mich wieder hier raus darf ich nicht muss ich zugucken. Warum auch immer ich eine Rakete starte. Warum starte ich eine Rakete? Bitte, habe ich was verpasst in der Story bisher? Oder wird das noch... Ich als Wissenschaftler, wenn ich da reingehe, gehe ich doch nicht ohne Auftrag hin und starte eine Rakete. Niemand hat mir gesagt, ich soll eine Rakete starten. Und es gab auch keinen Grund bisher, dass ich eine Rakete starten muss. Warum? Was habe ich verpasst in der Story? So ein Unsinn. Absoluter Nonsens hier gerade. So, jetzt haben wir hier wieder den Unsichtbaren. Notfall-Explosionstür aktiviert. Notfall-Explosionstür aktiviert. Ein neuer Zug, diesmal mit Cover von hinten. Festnahme! Und damit, danke fürs Einschalten, schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein, wenn es heißt Festnahme! bloom new learner! Wir願' auch gibt es un sinnvollric change!